Jo Leute, Double Piece, hier ist wieder Tanzverbot. Ich entschuldige mich vorerst erstmal, bevor das Video beginnt, obwohl es schon längst begonnen hat, dass sich meine Stimme anders anhört, beziehungsweise ich vielleicht leicht heißer bin oder sowas. Ich habe extreme Halsschmerzen. Ich weiß auch nicht warum, ich spuck auch die ganze Zeit Schleim so richtig diesen... Mann, nee, ich brauche euch jetzt hier gar nicht die Details. Ihr habt da bestimmt auch schon mal Halsschmerzen gehabt und habt gehustet und dann kam... Und zwar muss ich mich jetzt leider zu einem Thema äußern, zu welchem ich mich gar nicht äußern wollte, so, weil das für mich gar nicht mehr viel Bedeutung hatte, nachdem es passiert ist. Und zwar geht es um das Thema Tanzverbot vs. Haze, dieser Beinahe-Angriff auf der Gamescom. Also der ist ja jetzt leider sehr publik geworden, da auch irgendwie 60 Kinder es für nötig gehalten haben, im Kreis uns dabei zu filmen, so als ob wir in irgendeinem Pausenhof wären und sich jetzt hier zwei gleich prügeln. Und jetzt muss ich euch einfach nochmal meine Sicht erklären, weil jetzt ist irgendwie nur die Sicht von Haze, die ich mir übrigens nicht angeguckt habe, online und dann diese Sicht, wo man kaum was gehört hat. Und jetzt möchte ich das Ganze einfach nochmal aus meiner Sicht schildern. Also, oh, ich dachte gerade, der hat nicht aufgenommen, weil da gerade nur zwei Sekunden stand, aber es war ja eine Minute und zwei Sekunden. Ah, ich bin bereit. So, fangen wir mal ganz von vorne an. Und zwar haben wir uns ganz nach hinten gesellt bei der Gamescom, weil das ist echt... Ich will mich jetzt hier auch nicht veraufspielen oder sowas, aber es ist echt krass. Ich wurde wirklich von euch irgendwie alle drei oder vier Meter erkannt. Und irgendwann will man dann auch einfach mal eine kurze Pause haben. Und deswegen habe ich mich ganz nach hinten auf der Gamescom bewegt, da, wo die Zäune waren und da, wo auch irgendwelche Autos von Stars oder sowas standen, wo wir uns dann auch entfernen mussten. Da habe ich mich erst ganz alleine hingesetzt und auf einmal kamen immer mehr Leute. Und dann hat sich das rumgesprochen, dass ich dort gesessen habe und dann kamen immer mehr. Es war auch eine mega chillige Runde und so. Ich habe ein bisschen Musik angemacht, weil Tremi, Grüße gehen raus an dich, Tremi. Eine Musikbox bei er hatte. Da haben wir schön, halt wie gesagt, chillig Musik gehört. Ein bisschen Cola getrunken, die mir jemand geschenkt hat. Richtiger Ehrenmann, der mir die Cola geschenkt hat. Und dieses Desinfektionszeug, wo ich dachte, das ist so Zeug, was man so... Dieses flüssige Zeug dabei war, das ist so Gel. So, ich würde es so machen, auf einmal knallt mir da so ein Kilo Gel auf den Boden. Und alle haben gelacht und ich habe mich blöd gefühlt. Egal. So, jedenfalls bin ich dann langsam aufgestanden, weil dann kam auch der liebe Ex hier noch dazu. Haben wir uns umarmt, blablabla. Weil wir schon eine Stunde dort gesessen haben oder so. Und dann hat sich halt extrem viel gebildet. Auf einmal waren da 100 Leute oder so. Also wirklich extrem viele. Und dann kam irgendwann dieser sogenannte Haze. Er kam zu mir an und hat mir so einen Flyer gegeben für so einen 25% Rabattcode für seinen scheiß Minecraft-Hack-Client. Ich komme heute einfach noch nicht drauf klar. Das ist nicht mal das eigentliche Thema. Aber er ist wirklich auf die Gamescom gekommen und verteilt Flyer für Hacks. Für verfickte Hacks, Mann. Jeder 80% auf der Gamescom von den Leuten, die aktiv zocken. Es gibt keinen normalen Menschen, der hackt. Erst recht heute nicht mehr. Sowas tut man einfach nicht mehr. Und er zieht das wirklich in Erwägung, dort Werbung zu machen. Gefährliches Spiel. Gefährliches Spiel. Also wirklich. Das ist genauso wie wenn jetzt ein Ausländer in Chemnitz unterwegs wäre oder sowas. Ich habe da keine Ahnung. Aber jetzt einfach als Beispiel. Und genau so ist das da. Er verteilt einfach Flyer für scheiß Minecraft-Hacks. So, ich hasse das. Wenn ich überlege, wie viele Tastaturen ich beinahe kaputt gemacht hätte. Weil irgend so ein Bastard denkt, er müsste sich für 20 Euro einen Scheiß-Sheet holen, um mir durch die Wand abzuschießen. Wisst ihr, wie ich da ausgerastet bin? Jedenfalls hat er mir das gegeben. Und ich so, okay. Und er so, naja, ich hoffe, du bist mir nicht mehr sauer. Weil ich damals so ein Hate-Video gegen dich gemacht habe. Und ich so, okay. So, ich kenne dich überhaupt nicht. Erstmal so. Erstmal so. Schon diese Arroganz. So, er kommt zu mir und sagt, ich hoffe, du bist mir nicht mehr sauer. Ich wusste gar nicht, wer er ist. So, er hat irgendwann mal ein Video gegen mich gemacht, wo er mir halt so Geldgeilheit oder sowas vorgeworfen hat. So, und dann fängt er da auf einmal an, mit mir zu diskutieren. Ja, aber ist das einfach so? Du kannst nicht sagen, dass du das alles nicht fürs Geld tust. Und ich so, hä, ist das dein Ernst jetzt? Weil ich nicht wusste, in welche Richtung er geht. Meint er jetzt, dass ich so in die Richtung Geldgeilheit, Apecrime gehe? Oder dass ich einfach Geld verdiene? Und im Endeffekt ging es das einfach nur darum, dass ich sage, dass ich damit Geld verdiene. Und ich dachte, ist das dein Ernst, Alter? Streiten wir uns jetzt deswegen hier? Natürlich, ich bin selbstständig. Natürlich, ich habe eine Firma mit meinem Onkel. Natürlich verdiene ich auch Geld damit. Aber das war doch nicht meine Intention, am Anfang damit anzufangen. So, weißt du? Und er hat mir immer dazwischen gesprochen. Immer, Junge. Und das sind auch diese Ausschreitungen. Wie gesagt, wenn ihr keine Ahnung habt, wovon wir hier gerade reden. Ich werde euch unten ein Video verlinken, wo das ganze Szenario gefilmt wurde. Wie gesagt, Audioqualität ist sehr schlecht. Man kann nicht viel wahrnehmen. Deswegen ist es ganz gut, dass man auch meine Sicht hört, damit man halt weiß, was abgegangen ist. Und dann hat er halt angefangen, mit mir richtig rumzudiskutieren. Und das hat mich so aggressiv gemacht, weil man sich mit dieser Person nicht normal unterhalten konnte. Es ging einfach nicht. So, ich will reden. So, er hat mich so richtig dargestellt, als ob ich hier so jedes Product Placement angenommen habe. So, als ob ich der geldgeilste, geldgierigste Drecksfixer der Welt bin. Und er hat immer so, ja, ja, genau, du machst nicht wegen des Geldes. Ich so, Junge, reiß dich mal zusammen. Natürlich verdiene ich damit Geld. Und natürlich, natürlich in meiner Größe geht man auch davon aus, dass man damit Geld macht. Aber so habe ich nicht angefangen. Und das geht mir auf den Sack, dass er da vor allen Leuten, vor 100 Leuten, wie gesagt, 50 haben die Kamera gehalten. Und die anderen 50 waren Ehrenmänner. So, 100 Leute standen da rum. Und der stellt mich da so, als ob ich der größte Spast wäre, der alle seine Fans verarscht. Das hat er mir auch noch gesagt. Du verarschst alle deine Fans. Du tust so, als ob du ein richtiger Ehrenmann wärst, wenn du einmal Werbung in 10 Minuten machst. Ja, es ist einfach so. Gut, ich muss zugeben, das mache ich heute auch nicht mehr. Aber ich habe viel, das ist einfach so, wenn ich ein 10 Minuten Video mache und da einmal Werbung drauf haue, sagen wir jetzt einfach mal, es bekommt 200.000 Aufrufe, bekomme ich dafür 100 Dollar. So, mache ich da viermal Werbung drauf, bekomme ich 300, 400 Dollar. Natürlich ist das eine Ehrenmann-Aktion, weil ich dann so für die Community Geldverlust in Kauf genommen habe. So, ist es, na gut, kann man sehen, wie man will, aber eher, der Typ hat das einfach nicht gerafft und wollte mich die ganze Zeit in eine Richtung schieben. So, als ob ich der Geld, Geld ist das Spast für. Und dann habe ich vor allem gefragt, wo bin ich denn Geldgeil? Okay, wo verarsche ich meine Fans? Der Typ hat Hackclient, der verkauft Hackclients an kleine Dreckskiddies, damit die mit ihrem scheiß Diamantschwert auch was treffen, so mit Aimbot. So, und der will mir irgendwas von Fans verarschen und von Geldgeilheit erzielen. So, ich verarsche meine Fans, weil ich Merch verkaufe, wovon man etwas hat. Der übrigens in meiner größte, billigste Merch, so, es gibt natürlich, weil jetzt die gar keinen Profit haben, aber ich, wie gesagt, eigene Firma, selbstständig. Irgendwie muss das hier auch finanziert werden, meine wunderbar geil aufgeräumte Wohnung, wisst ihr, was ich meine? Und der kommt mir einfach so, der gar nicht, mir kommt jemand so, der gar nicht von YouTube abhängig ist und trotzdem so viel Schotter zieht, damit sein Minecraft Tech Clients, wisst ihr, was ich meine? Und der kommt mir so und tut so, als ob ich ein Unehrenmann wäre und alle meine 700.000 Zuschauer verarsche. Also, das war so eine Situation, die mich so aufgeregt hat. Ich muss zugeben, wie gesagt, guckt euch das Video an, weil ich hier gerade ziemlich hin und her rede. Es sind halt zwei Dinge passiert, ich habe ihn einmal geschubst und ich habe einmal Red Bull vor, nicht in sein Gesicht gespuckt, sondern so vor seinen Fuß, um ihn zu disrespekten. So, das war falsch von mir und das war auch völlig falsch von mir, in dieser Situation so auszuschreiten. Ich habe mich noch zwei andere Male fast geprügelt auf der Gamescom, so, weil ich mich einfach nicht unter Kontrolle habe. So, das war falsch. So, ich bin auch über, ich habe mich noch nie geprügelt. Und trotzdem war ich jedes Mal so aggressiv und wäre bereit gewesen dazu. Wisst ihr, ich will auch gar nicht hier dazu stehen, ja, ich bin der Überkrasse, der sich mit jedem boxen will. Bin ich nicht. Ich bin nicht so ein Mensch. Ich habe eine große Fresse, aber ich will mich nicht boxen. So, aber ich lasse mich auch nicht, ich lasse mich auch nicht von so einem Minecraft-Hack-Spaß, die da irgendwie voll labern, dass ich irgendwie meine Fans verarsche. Wo verarsche ich meine Fans? Wo verarsche ich irgendwen? Mein gesamtes Leben ist öffentlich. Ich zeige mich öffentlich. Ich habe noch, ich habe noch nie im großes Ziel gelogen. So, vielleicht habe ich bei komplett privaten Dingen, habe ich vielleicht mal gelogen. Aber das muss man mir halt verzeihen, so, weil ich will auch noch ein Prozent Privatsphäre haben. Und da kommt so ein Typ, Alter, der hier auf anonymers Überhacker tut, als ob du dich in die USA-Datenbank reingehackt hättest und kommst hier so mit deinem 25 Prozent Code für deinen scheiß Hack-Client. Ich schieb den dir sonst wo hin. Du bist eh Abschaum, alleine, weil du Hacks verkaufst. Du verkaufst Hacks. Du machst Werbung auf der Gamescom, wo Leute mit Leidenschaft zocken. Leidenschaftliche Zocker sind dort und du verteilst dort Flyer von Dingen, die Leute schon zum Ausrasten gebracht haben. Und Locke auch in den Umkreis von den Leuten, die zugeguckt haben bzw. aufgenommen haben, waren bestimmt auch Leute dabei, die sich das gedacht haben. Aber keiner hat seinen Maul aufgemacht. So, Grüße auch nochmal an Exodus. Exodus, sein Video werde ich hier auch nochmal reinposten. Der war übrigens auch dabei und hat die ganze Konversation auch mitbekommen bzw. ist auch eingeschritten und hat auch nochmal was dazu gesagt, weil die gesamte Situation hätte nicht so ausarten müssen. Hätte es einfach nicht. Es war einfach komplett unnötig. Aber nein, er sagt, ich hoffe, du bist mir das nicht übel, dass ich damals ein Video gegen dich gemacht habe. Erstmal konnte ich mich nicht daran erinnern und dann besitzt er noch die Arroganz zu denken, dass ich auf jeden Fall ihn kenne. Er kommt so an, ja, tut mir leid, dass ich das gemacht habe. So als ob, hä, hey, du bist doch der, der damals am 2014 Video gegen mich gemacht hat. Pfff. Das war einfach eine komplett unnötige Situation und dieser Mensch ist unnötig. Was er mir vorgeworfen hat, ist unnötig. Werft mir irgendwas vor. Was kann man mir vorwerfen? Gut, vielleicht, dass ich selten streame und trotzdem viele Leute subben bei mir und die nichts davon haben. So, die subben bei mir und dann bin ich wieder zwei Wochen offline. Gut, das kann man mir vorwerfen. Aber was will man mir sonst vorwerfen? Ich habe mich immer bemüht, gut zu allen Leuten zu sein, die mich hier unterstützen im Internet. Und er kommt so ein Spast aus irgendeiner Hackergruppierung und will mir irgendwas erzählen. Das macht mich einfach ultra aggressiv. Und da ich ein übertriebener Ehrenmann bin, werde ich das Video jetzt ausmachen, damit ich nicht auf 10 Minuten komme. Nein, ich habe auch nichts mehr zu sagen. So, ich wollte das einfach nochmal losgeworden sein. Losgeworden sein? Ja, damit ihr auch einfach mal meine Meinung so hört. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen schnell aufgenommen, weil ich jetzt los muss. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, guckt euch, wie gesagt, das Video von Exilus an. Oder guckt euch das Video an, wo man unsere Konversation sieht von mir und Hayes. So schade, dass ich mich jetzt dazu äußern musste. Ich wollte es nicht. Aber egal. Alles klar. Haut rein. Ich liebe euch. Tschüss. 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 Tschüss.